Musik 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 Diesmal ist es ein reines Jazzalbum. Neben unseren Eigenkompositionen spielen wir auch Stücke von berühmten französischen Jazzmusikern und Komponisten wie Richard Gagliano, Stefan Grappelli, Django Reinhardt, die wir mit Spaß und Freude auf unserer eigenen Art interpretiert haben und arrangiert haben. Musik Musik Mit Germaine Landsberger am Piano, Guido Mai und Joel Locher an der Rhythm-Section war das einfach eine Optimalbesetzung. Musik Er wollte halt ein bisschen weiter über den Tellerrand hinausschauen, deswegen ist mein Trio dabei, dass es halt jetzt einen anderen Sound gibt, einen etwas moderneren Sound, der ihm fantastisch steht. Das habe ich natürlich sehr, sehr gerne unterstützt, weil der Sandro ein unglaubliches Talent in unserer Szene heute ist. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.